Hat Herzogin Kate mit diesem Outfit ihre Unterstützung für die Ukraine gezeigt? Zum Gottesdienst am Commonwealth Day am 14. März erschien sie in einem blauen Ensemble eine der Farben in der Nationalflagge der Ukraine. Britischen Medienberichten zufolge könnte das mehr als ein modisches Statement gewesen sein. Das maßgeschneiderte Mantelkleid stammt von Catherine Walker. Den passenden Hut erhielt Kate von Look & Co. und die ebenfalls blauen Schuhe von Rupert Sanderson. Zu ihrem Look kombinierte die Herzogin zudem ein Saphir-Schmuckset, das einst Prinzessin Diana gehört haben soll. Sie trug die Halskette und Ohrringe auch, als sie mit ihrem Ehemann Prinz William im Oktober 2020 den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Buckingham Palace begrüßte. Davon berichtet unter anderem die Daily Mail.